Ich bin ein 20-jähriger Iraner, der hier in Deutschland geboren wurde. Ich lebe im Ruhrgebiet, seit Anbeginn meines Lebens hier in Essen. Vier, fünf, meine Stadt. Ich bin kein Gangster. Ich wollte auch nie einer sein. Ich bin nicht wie der Rest. Ich bin, was ich bin. Und jeder, der mein Album hört, wird danach wissen, mit wem er es hier zu tun hat. Die letzten Jahre haben mir einiges klargemacht. Viele Menschen haben mich hinterrücks belogen. Ich wurde verlassen, boykottiert und saß am Ende noch im Knast. Die Songs meiner neuen Platte stehen für all die Geschehnisse, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Ich bin kein Superstar und ich bin auch nicht mehr wert als irgendeiner von euch da draußen. Aber ich habe eine Geschichte, die ich mit euch teilen will. Streben nach Glück. PA Sports kommt mit mir. Das ist der Weg, den ich geh. Ich steh und baller auf alles, was ich geregt. Carlitos Way, nick dein Kopf jetzt zum Beat. Das bin ich, PA Sports, die Schocktherapie. Das ist der Weg, den ich ging als Kind. Heute bin ich der, der ich bin, der King. Carlitos Way, ich komm doch an mein Ziel. Das bin ich, PA Sports, die Schocktherapie. цевosterapie Di Nike